Musik Unser Campingplatz Kloster Camping Thale befindet sich unweit vom Ortszentrum im Herzen der Altstadt von Thale. Die Anlage liegt direkt neben dem Kloster Ventusen, das als das älteste Kloster im Osten Deutschlands gilt. Der Kloster Campingplatz auf einem Areal von 25.000 Quadratmetern mit 100 Stellplätzen für Wohnwagen, Caravan und Zeltwiese wird begrenzt durch den Lauf der Bode und einen Nebenarm. Im Eingangsbereich finden Sie unsere Rezeption mit Kaffee und einer kleinen Einkaufsmöglichkeit. Zusätzlich finden Sie im beheizten Eingangsbereich die Sanitäranlagen mit Duschen, Toiletten, Behinderten-WC, Baby-Wickeltisch, Waschmaschine sowie Abwaschraum. Ein kleiner Fuß-, Volley- und Basketballplatz und eine Minigolfanlage gehören zur Ausstattung unserer Campinganlage. Musik Darüber hinaus haben wir auch einen Kinderspielplatz und streichelt so mit Ziegen und Schafen für unsere kleinsten Gäste. Die Wanderhütten sind gemütlich eingerichtet und bieten eine nette Schlafmöglichkeit für Wanderer und Radtouristen. Musik Auf Vorbestellung bieten wir außerdem ein Frühstück, welches für einen guten Start in den Tag sorgen soll. Musik Musik Musik